... Tonnen, die ausgerüstet werden mit diesem Auflaufwerk, deswegen TTT, also Terral-Track, um diese großen Gewichte, wenn da noch 10 Tonnen Getreide drauf sind, bodenschonend abzuschützen. Und mit dieser Maschine ist man natürlich in der Lage, aufgrund der überarbeitenden Technik, die damit auch keine Schalter, die Wachstumme, die ganzen Grundentscheidungen, die wir haben natürlich... und die Trocken-Managen sind gymische Bis zum nächsten Mal.